Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir vor euch AMYF in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Deluxe Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. AMYF von Bushido aus dem Jahr 2012. So sieht das Ganze aus, ist ja in unterschiedlichen Formen erschienen, allerdings nicht als Box, sondern als Limited Deluxe Edition. Wir haben hier eine schwarz-graue Oberfläche, sieht ein bisschen aus wie so eine Tafel und auf dieser wurde dann hier mit Kreide A ist gleich M Y F geschrieben. Also ohne das ist Gleichzeichen die Initialen von Bushido. Ennis Mohamed Youssef Ferchichi und dann haben wir hier oben stehen Bushido präsentiert. A ist gleich M Y F Limited Deluxe Edition und dann haben wir noch einen FSK 16 Hinweis. Der lässt darauf schließen, dass es hier auch eine DVD geben wird. Das ist Gott sei Dank mit einem Sticker gelöst, bedeutet wir können das Ganze dann entfernen. Das Ganze in so einem Buch. Und zwar haben wir hier auf der Rückseite einmal, also auf dem Buchrücken, Bushidos Logo, dann Bushido, A ist gleich M Y F stehen und dann hier auch nochmals das Bushido Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist der beiden CDs, CD 1 und CD 2. 18 plus 13 Tracks macht insgesamt 31. Zur Tracklist kommen wir dann auch im Detail. Und dann haben wir, wie gesagt, auch noch eine DVD. Hauptfilm steht hier, zu der kommen wir dann auch noch. Credits, Barcode und natürlich die Social Media bzw. Internetauftritte von Bushido. So sieht das Ganze dann von innen aus. Als erstes kommen uns hier die DVD entgegen. Dieser haben wir eben den FSK 16 Hinweis zu verdanken. So sieht die DVD aus. Ebenfalls in dieser schwarz-grauen Optik mit weißen Kreideaufschriften gehalten. Und dahinter lesen wir eine Nummer. Und zwar lesen wir hier, ich hoffe man kann das sehen, 10.316. Und es kommt daher, da diese Limited Edition, diese Deluxe Edition, auf 11.111 Stück, also 5 mal die 1, limitiert war. Und in dem Fall ist das eben durchnummeriert worden. Sehr schön gemacht. Dann haben wir hier DVD-Hauptfilm, 45 Minuten und 35 Sekunden. Dieser Hauptfilm, der beinhaltet die Produktionsphase, also die Entstehung des Albums, so hinter den Kulissen, Making-of etc. Dann haben wir hier wieder den Albumtitel und das Ganze dann hier ein Booklet. In diesem Buch eingearbeitet mit diversen Fotografien von Bushido und dieses Artwork. Man sieht schon, zieht sich durch hier überall diese schwarzen Tafeln mit jeder Menge Schrift. Also das sind einzelne Tracks von Bushido hier verschriftlicht. Und dann kommen wir zur ersten richtigen Tracklist. Und zwar haben wir hier die CD1, also die 18 Tracks der CD1 aufgelistet. Und hier haben wir dann auch zum ersten Mal die Features ersichtlich. Und zwar haben wir Features von Sido, Motrip, Echo Fresh, Joker und Julian Williams. Die alle mit dabei. Weitere Texte, weitere Abbildungen von Bushido. Und dann haben wir in diesem Fall dann die zweite CD mit insgesamt 13 Tracks. Und auch hier haben wir wieder Features. Und zwar haben wir Features von Elmo, King Orgasmus One, Frauenarzt und Brutus Brutalus. 13 Tracks. Weitere Aufnahmen. Also überall die vollgeschriebenen Wände, die vollgeschriebenen Tafeln. Hier auch nochmal das Bushido anschreiben. Dann haben wir hier einmal die Credits zur CD1. Wer war beteiligt, wer hat produziert, etc. Und dasselbe auch noch für die CD2 natürlich. Auch hier nochmal die ganzen Infos und die DVD. Dann hier nochmal die beiden Tracklist kompakt zusammengefasst. CD1 und CD2. Wie gesagt 31 Tracks gesamt. Und dann haben wir hier zum Abschluss dieser Deluxe Edition die beiden CDs. Einmal CD2. Sieht so aus. Und dann natürlich noch CD1. Dieser sieht so aus. Ja, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Deluxe Edition befindet. Einmal die DVD mit 45 Minuten Spielzeit. Wie gesagt, Album, Entstehungsphase, Produktion, etc. Und dann haben wir hier die beiden CDs mit 18 bzw. 13 Tracks. Macht 31 Tracks gesamt. Und einem sehr ausführlichen Booklet mitten zwischen CD und DVD eingepackt. Und das alles kommt in diesem Buch. Ja, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition von AMYF. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu. Unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war es für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.